Willkommen zurück, wieder hier bei Anno, immer noch über der Trüffelinsel bei mir hier auf dem Screen. Mal eben aus dem Pause-Modus rausspringen. Du wolltest deine Aufträge noch fertig machen, ich sollte mich jetzt endlich mal drum kümmern, die nächste Insel fertig zu machen und mich um den Kaffee und um den Kakao kümmern. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Insel gefunden, weil dann sparen wir 20 Tonnen Werkzeug. Und bei uns ist gerade jedes bisschen Werkzeug... Das scheint funktioniert zu haben. Ja, und ich habe auch gesehen, warum. Auf der Insel ist ein Bär rumgelaufen und der wurde eingesammelt. Wir hätten eigentlich nur auf der Insel gucken müssen, wo ein Bär rumläuft. Super, ganz super. Haben wir schon wieder keine Gewürze? Oder war das der Bär, den wir ausge... Das war Bärbel. Das war unser Bär. Das war Bärbel. Ich brauche... Ich brauche... Wo ist es denn? Was wollte ich denn jetzt machen? Ich habe vergessen, was ich machen wollte. 6.000 würden wir dann nochmal kriegen und 141 Lizenzen. Wie viele Lizenzen brauchen wir für Kalk? 148. Wir haben noch neun Stück, also können wir Kalksonde kaufen. Das ist ja ganz klasse. Ja, das ist... Ich baue mal die Werkzeugproduktion ein bisschen aus, weil irgendwie kommt die nicht hinterher. Oder auch wir haben 50 Tonnen. Ja, und ich nehme gleich wieder welche mit. So ist es nicht. Wir brauchen... Äh... Gemüse. Das auch, ja. Ich werde die hier mal eben, damit die Abholung auch ein bisschen schneller geht. Äh... Ich wollte doch noch was machen... Ähm... Das wollte ich hier zwar eigentlich jetzt gerade nicht, aber das muss ich mal machen. Oh Gott, ey. Dieses Spiel... Dieses... Das ist echt ne... Oh. Echt ne Bewerbungsprobe hier. Bewährungs, nicht Bewerbungs... War das nicht von vornherein klar? Was will die denn, die Grüne? Den Auftrag abschließen. So, jetzt hole ich mir... Die Kalkstein-Sonde. Okay. Ja, fahr mal ein bisschen schneller. Farmer? Mein Freund. Farmer. Was farmst du denn? Kalk. Ah. Ja, das wird jetzt... Ah, ja, da. Das wird... Äh... Angebaut. Mysteriöse Kalkbaumstein. Ne, Strauch. Entschuldigung. Scheiße, funktioniert nicht. Das funktioniert nicht! Machen wir das anders. Machen wir das eben so. Ineffizient, aber ist ja egal. Also, kalk vielleicht... Wow, warum haben wir nur noch 8 plus? Was machst du? Was? Wir sind nur noch 8 im Plus. Ja, weil wir keine Burger haben. Ich bin ja gerade dabei. Ich habe nur nicht so viele Schiffe. Oh, gut. Entspann dich mal, Kleine. Rüffel habe ich gerade... Wir haben doch noch Gewürze. Warum benutzen wir sie denn nicht? Na gut. Ähm... Ich brauche Kohle. Wir haben keine Kohle. So, wir haben jetzt wieder ein bisschen Basalt. Ja, schön. Wir haben trotzdem keine Kohle. Wie viel haben wir denn hier noch? 5000 Tonnen. Die müssen wir also... Ich muss sich die Produktion ausbauen. Ich brauche dringend Kohle. Ähm... 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 Ja, genau. Dieses Raiderschiff kommt gerade zu uns. Willst du wieder ein Schiff entern? Ja. Hoffentlich komme ich schnell genug da hin... Um... Um es zu stunnen. Zu stunn es, Love. What the fuck, Taragi? Oh Gott, beeil dich. Und als nächstes den Stalingrad-Witz. Was denn Chrisse aber? Ach so. Ja. Ich hatte mal einen Witz, doch Stalingrad. Nein. Jemand Stalingrad. So war das. Ja, er kommt... Mach bloß kein Okay oder Abbrechen oder so, wenn er da was macht. Weil mein Schiff ist jetzt gerade in der Nähe. Ich hoffe... Wo ist es denn? Oh, da kommt übrigens ein Keto-Schiff gerade zu uns. Ja. Das auch. Wir drehen jetzt um. Wo bist du denn? Ach da. So, ich werde den jetzt mal... Beeil dich, beeil dich. Unser Balken ist gleich abgelaufen. Tu es. Tu es. Du hast beide Schiffe gestunt. Das bringt nichts. Was? Nichts. Du hast beide Schiffe gestunt. Wie? Wie? Guck dir das an. Er ist gestunt. Er glitzert. Und er fährt weg. Dieser Cheater. Dieser miese kleine Cheater. Was zum Teufel? Beide Schiffe sind gesappt und trotzdem... Jetzt haben wir kein Schiff mehr. Jetzt brauchen wir eine Werft. Das wollte ich gerade bauen. Genau. Wir hatten doch eine Werft. Ja, bis Keto sie zerstört hat. Oh. Stimmt. Baust du mal einen Kontor, bitte? Da willst du hier oben die Werft machen? Da, wo du sie auch letztes Mal hattest, wenn es da noch geht. Hier oben an dem Stück. Warte, ich mache schon, bevor es nicht passt hinterher. Hä? Was zum Teufel? Hast du jetzt eine... Hast du schon ein Kontor oder was gebaut? Ja, da oben. Wo? Ach, da oben. Aber ich gebe dem doch kein Geld, ey. Zehntausend, hallo? Nein! Was denn? Ich wollte mit dem Schiff da hin, weil ich... ... was Zeit brauche. Schön für dich. Ich war gerade damit beschäftigt, erst mal das Ding wieder abzureißen, bevor er ins Keto wieder aufs Dach steigt. Ich hoffe mal, dass wir uns die Werft nicht sofort zerstören. Ja. Och, die kommt da gerade an. Ja, ist in Arbeit alles. Ich kann nicht mehr als das, was ich jetzt gerade tue. Ja, da kommt Keto, ich sehe sie schon. Mal gucken, wie weit die Werft kommt. Ein Schiff schaffen wir, aber wie viel mehr kann ich nicht sagen. Ja, ich tu mal die Kalksteinsonde hier rein. Braucht ja einer bei einem anderen. Ja, nehme ich dann mit. Hm, ein Schiff wird's werden vermutlich, nicht mehr. Je nachdem, wie viel Schaden sie macht. Wobei, ich kann sie ja noch einigermaßen auffahren. Ja, ne, der A&P wurde ja gerade gezündet schon. Der hat 10 Minuten CD, oder? Fünf, glaube ich. Naja, dann schaffst du's ja vielleicht. Guck mal drauf, wie viel hast du denn? Ich hab noch zwei Minuten und 45 Sekunden Cooldown drauf. Boah, vielleicht kannst du sie halten, aber nur vielleicht. Versuch es halt. Aber da kommt noch mehr Raider, da kommen noch zwei Keto-Schiffe gerade. Ich sehe jetzt vier im Anmarsch auf uns. Ja, weil ich da noch ein Dings hingebaut habe. Achso, das Kontor. Neues Fahrzeug. Eins haben wir, das nächste ist im Bau. Wie lange dauert das immer? Weiß ich nicht. Eine Minute 10 oder eine Minute 15. Keto kommt. Das Problem ist, wenn sie da angreift und ein Schiff gerade anfertigt wird. Deswegen hab ich das andere gerade weggeschickt. Oh. Und der Dings Skyman sollte auch da weg, weil der dann sofort zum Opfer wird. Weil es ist noch nicht ready. Du brauchst noch eine Minute 50. Oh, du bist langsam. Verpiss dich! Taragi! Verschwinde! Taragi, du bist scheiße langsam. Weißt du das? Das ist ja auch... Oh, die Werft hält aber viel aus. Das ist ja auch bis zum Rand voll, das Ding. Werft hält viel aus. Mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht schaff ich sogar noch ein drittes Schiff. Ich glaub eher nicht, aber ein zweites schaffen wir auf jeden Fall noch. So, ich guck mal unter Wasser, wo hier Inseln sind. Warte, fahr nicht zu weit weg. Vielleicht kannst du sie doch nochmal zappen. Das Ding hält lange durch. Komm ran, komm ran, komm ran. Zapp sie, sobald du kannst. Eine Minute, das könnte noch reichen. Die volle geladene Action hier. Habe ich überhaupt den... Ja, ich habe den Timer angemacht. Okay, gut. 9 Minuten 13. Die Werft gibt alles. Also die hat ihre Schuldigkeit getan, wenn sie zerstört wird. Bist du in Reichweite? Ja, ich habe noch 40 Sekunden Cooldown drauf. Ja, das schaffst du schon. Das schaffst du schon. Boah, wie das Ding am Brennen ist, ey. Geh mal immer hier in die Postkarte und guck mir diesen Epic Battle an. Und dann kannst du gleich noch rankommen und den Tag retten. Sobald du Cooldown hast, komm hin. Also fahr vorher schon mal hin und zünden dann. Wie sieht es aus im Moment? Zeitmäßig. Oh, das wird eine knappe Nummer. Das wird eine ganz knappe Nummer. Hast du schon ready? 5 Sekunden. Hau rein. Sofort zünden, sofort zünden. Oh, das wird knapp. Du hast nur ein Schiff erwischt. Verschwinde, verschwinde, verschwinde. Oh, toll. Toll, toll, toll. Ach, schneller. Schiff ist fertig. Handelsflotte beeindruckt. Achtung. Ketos Schiff dreht ab. Das eine. Das andere steht da rum und glitzert. Boah, drei Schiffe haben wir hingekriegt. Ja, immerhin. Vier hatte ich in Auftrag gegeben. Eins haben wir dann halt verloren. Naja, schade drum, aber immerhin haben wir wieder Schiffe. So, dann kann ich mich ja jetzt einmal da drum kümmern. Wir brauchen einen Hafen. Ich brauche Baumaterial. Die sieht sehr klein aus, aber mal gucken. Oh, wir sind 100 im Minus. Ja, ja, ist in Arbeit. Dann brauche ich jetzt dringend Kohle. Da haben wir immer noch nicht wirklich viel von. Die muss nach da drüben, inklusive ein bisschen Werkzeug und Bauzellen. Fährt mal bitte nach da. Das dritte Schiff weiß ich noch gar nicht. Das muss ich mal nach hier unten schicken. Ich glaube, ich muss mal wieder Trüffel holen. Ach, das wird ne Freude, wenn wir wieder einen Bevölkerungsschutz machen können. Ach, hier gibt's ja auch keine Kohle mehr. Was ist das für eine Scheiße, ey? Wo war die Insel da? Ja, viel. So. Unterwasserinsel geortet. Ja, ich weiß. Sie hat Algen und ein aktiver Blacksmoker. Das ist doch nicht schlecht. Die hat auch ein bisschen Öl. Bauzellen. Naja, ob ich da Algen hinkriege, naja. Besser als nichts im Moment. Sie ist nicht riesig, aber sie ist nah dran. Ja. Und wir nehmen hier so Stück für Stück diese obere Ecke ein. Kann das sein? Ja. So. Na komm, setz dich mal hin. Kein Gemecker? Bin ja erstaunt. Vielleicht will er keine Unterwasserinseln. Was? Scheiße. Ich hab den Kalkstein verbraucht. Ja, wir haben darauf nicht geachtet. Ja, ich hab's auch gemerkt. Verdammt. Wir haben aber noch auf der Hauptinsel Kalkstein. Ja, jetzt kann ich aber die ganzen Minen hier abreißen. Ja. Seuchen-Gefahr. Und Hector dreht durch. Komm da nicht dran. Doch, hier kommt... Oh nein, sag mir jetzt nicht, ich hab hier kein Werkzeug mehr. Ich bin doch ein Genie, ey. Verdammt. Äh, 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 äh. Aber, ja doch, die Unterwasserinseln werden verschont. Das ist momentan. Find ich echt knorke von ihr. Mega knorke. Hörst du bitte auf, uralte Wörter wieder zu beleben? Ey, das ist ein knorke Wort. Es ist ein dufte Wort. Es ist ein dufte Wort. Ankommen alle drei, weil ich kein Werkzeug mehr in der Nähe hatte. Oh, stimmt, ja. Wir sind halt besser als du, Thor. Wie zum Teufel haben die euch ja mal da vorbeimischelchen. Wir sind 255 im Minus. Das wird echt knapselig, ey. Das ist echt... Gewürze sind gleich unterwegs. Weil die, äh, Echos, die sind echt teuer. Echos? Äh, Techs. Achso, wollte schon sagen. Welche Echos? Die Echos, die wir nicht haben. Ich glaube, ich brauche hier noch ein weiteres Markthaus, damit ich das da alles abgedeckt kriege. Alter! Der geht mir leicht auf den Sack. Welches ist das? Unser... Unser Timaran. Ha, ha, ha. Können wir uns eh nicht leisten. Ja. Und er schafft es. Unser Sack? Der geht mir leicht auf die Nerven, weißt du das? Tja, war schön mit dir, Trimaran. Hast uns treue Dienste geleistet. Vor allem der Trimaran, der war unter Wasser. Bei gescheitertem Enter-Versuch? Wie gescheitert? Der hat es doch nicht gekriegt. Der hat es gekriegt. Irgendwas kam mir mit gescheitertem Enter-Versuch. Toll. Der Sack, ey. Gott, unser Geld. Ja, es ist in Arbeit. Wird langsam echt knapp. Wir können gleich noch niemals mal mehr Kontore bauen. Ja, genau. Das ist das Problem. Das habe ich jetzt schon. Das können wir nämlich jetzt schon nicht mehr. I'm so sorry, aber ich muss es leider tun. Scheiße, das reicht nicht. Wir können auch gleich... Oh. Ja, ignorieren. Bitte ignorieren. Und bitte nicht gucken, warum. Und dafür habe ich studiert. Verdammt, Mist. Ich hätte doch Arzt werden sollen. Die Leute sind ausgezogen. Nee, ich gesagt... So, jetzt sollten wir auch gleich wieder Burger haben. Hoffentlich. Ja, das sieht, äh... Oh, verdammt. Wir brauchen auch, äh... Trüffel noch. In Arbeit. Auch unterwegs. Oder war ich gerade dabei, bis ich unterbrochen wurde. Äh, Keto kommt gerade angefahren. Ist sie noch weit weg? Weit genug. Ich hole mir mal eben was... Ich hole mir mal eben was... Sie greift gleich unser... unser Dings an. Ich bin dabei zu holen, was ich holen kann. Und sie greift jetzt an. Ich zerstör das mal. Was? Wo? Achso! Ach, schon gut. Ich dachte schon... Erschreck mich doch nicht so, Mensch. Funktionelles Futter. Funktionelles Futter. Oh. 130 im Plus. Ah, ha, 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 ha. Ich sag ja, wir haben gleich wieder Burger. Produktion läuft wieder an. Nur wir haben nicht viel Gewürze. Ich brauch mehr. Und wir werden in... 4 Minuten ein Geldring kriegen. Und in 2 Minuten ist die Folge zu Ende. Oh. Oh. Ja. Wann können wir den nächsten Auftrag anfordern? In... 4 Minuten. Scheiße, ich hab kein Geld. Ich brauch 400 Geld. Zügig. Ich brauch Geld. Ja, wir sind ja... Wir sind ja wieder... Und wir sind allerdings nicht mehr 999 im Plus. Ja, ich brauch Geld. Zügig. Warum so zügig? Weil ich ein Kontor bauen muss. Und zwar am besten gleich 2. Ah. Ah. Es brennt. In der Stadt. Ich weiß. Warum kriegen wir dafür keine Meldung? Achso. Du meintest das ernst. Ich dachte, du meintest das jetzt hypothetisch. Jetzt muss er was vor sagen. Hey, das ist... Alle Achtung. Das ist... Bro, das ist... So mag ich das. Pui. Wieder kein Geld. Fuck. Der Vermieter? Ich bin der Vermieter. Ich schmeiß dich so schnell nicht raus. Nicht, wenn ich keinen Grund dazu habe. Hast du doch. Nein, er kann mir... Ich kann ihn dann auch noch zur Arbeit verdonnern. Also, warum sollte ich ihn rausschmeißen? Hallo? Und unser Purple Blue... Äh, Purple Cow... Das ist, äh... Noch nicht in Arbeit. Oh, die Folge ist zu Ende. Ja, das sagte ich vorhin schon. Aber du hörst mir ja nicht zu. Du hast gesagt, die ist gleich zu Ende. Jetzt ist sie gerade zu Ende gegangen. Na. Ja gut, äh... Dann haben wir es tatsächlich geschafft, in dieser Folge eine Unterwasserinsel zu besiedeln. Ja. Wow. Wo jetzt schon vier Tonnen funktionelles Essen drauf ist. Immerhin. Ich freue mich. Immerhin. Es ist ein Fortschritt. Ein kleiner Fortschritt, aber ein Fortschritt. So. Ja, so gut. Dann, äh... Ja. Was haben wir geschafft tatsächlich? Unterwasserinsel, ein bisschen Handel und... Wir haben ja drei Schiffe. Ja. Was heißt wieder drei Schiffe? Also, wir haben drei Schiffe. Immerhin, ne? Und in der nächsten Folge dann das, was angedroht war, eigentlich für diese Folge. Ich werde mich ums, äh... Um etwas, ähm... Funktionelles Essen kümmern und sowas. Und der Hector geht so langsam wirklich auf den Sack. Ja, so langsam nervt er. Du bist doch nur beleidigt, weil er deinen Trima rangeklaut hat. Er hat uns alle Schiffe geklaut. Ja, in der nächsten Folge ziehen wir ihm das Fell über die Ohren. Aber wie erst mal sind wir hier jetzt wieder raus? Wie in der nächsten Folge fällt über die Ohren? In den nächsten Folgen? Das wird noch lange dauern, bis wir ihn... 20, 30 Folgen. Irgendwann machen wir ihn schon kaputt. Naja. Wollen wir ihn vor Keto besiegen? Nein! Obwohl, Keto nervt mich gerade weniger als der. Ja, deswegen, ja, für ihn brauchen wir nur 5, äh... Äh, nee, 4. Ja, whatever. Wir müssen uns erstmal so weit kommen, dass wir ihn überhaupt töten können. Für ihn brauchen wir nur 4 Firebirds. Für sie brauchen wir 8. Naja, trotzdem. Erstmal hier, kleiner Cut, bis morgen. Ciao, ciao. Ja, ja, egal. Ciao. 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 Ciao.